Hallo und herzlich Willkommen bei Sage 50 Handwerk. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema gemeinsam genutzte Daten. Im Administrator haben Sie nun die Möglichkeit, nicht nur die vier Datenbereiche mit einem anderen Mandanten zu teilen. Zusätzlich können Sie auch angeben, dass die Dateianhänge der jeweiligen Bereiche gemeinsam genutzt werden. Wenn Sie das Häkchen bei der Option auch Anhänge gemeinsam nutzen setzen, werden hier im Beispiel im Mandant 900 auch die Dateianhänge des Mandanten 901 angezeigt. Wenn Sie das Häkchen nicht gesetzt haben, nutzt jeder Mandant eigene Pfade zur Speicherung der Dateianhänge. Wenn Sie das Häkchen bei G onions anstellen müssen, dann muss mit der Dateianhängeist ihr Mitternacht geben. Seine Berge contest Carl, Kultur herkje und Trump, Stre manten ρiert den Pap学 zusammen. Im Explorer finden Sie den Anhang nun in folgendem Unterverzeichnis zu Mandant 900. Untertitelung des ZDF für funk, 2017